Die große, bedeutende Frage jedes Lebens ist doch, wie wurde ich zu dem, was ich heute bin? Wie kam das alles genau so? Was sind die Quellen meines Lebens? Mein Großvater kam aus dem Krieg zurück und der Empfang war nicht besonders herzlich. Wir dachten immer, ihr wärt stolz auf uns. Dabei habt ihr gar nicht an uns gedacht. Und doch wurde auch er Teil des Wirtschaftswundes. Auf den hunderttausendsten Gartenzwerg! Prosit! Die großen Leidenschaften meines Vaters waren früh klar. Und die meiner Mutter? Kennen Sie Sandra? Ebenfalls. Wir sind Liebe! Wir sind Liebe! Was machen Sie denn beruflich? Ich möchte Schriftsteller werden. Ist das denn überhaupt ein Beruf? Darf ich? Nein. Und wenn ich es trotzdem tue? Dann kriegst du eine Anfrage von mir. Ah. Diese Nacht hatte Folgen. Mich. Schon im Mutterleib begannen die Probleme. Vorsicht, der Bauch. Quatsch, der Bauch. Wenn du wüsstest, wie robust so Kinder sind. Und es wurde nicht besser. Und gestillt hast du ihn auch nicht, ne? Was hast denn du davon, wenn meine Brüste aussehen wie Kuhflagen? Wer könnte das sagen? Das ist keine Weltraum-Nutter. Das ist deine Mutter. Bitte bleiben Sie. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil ich reich bin! Alter, komm! Wieder sing, mein Kleiner. Deine Mutter kommt nicht mehr wieder. Das ist die Dorothea. Dorothea ist mein Sohn. Bist ihr sicher? Sicher sind sich nur die Dummen. Aber genau dann, wenn man denkt, man sei am Ende. Wer ist das, Umi? Das kleine Mädchen heißt Laura. Laura, Laura! Dann beginnt alles gerade erst. Laura! Ihr kennt euch. Magst du mich noch ein Stück zum Bus begleiten? Weißt du schon, was du später mal werden willst? Künstler irgendwie. Und du? Zuhälter. Ich bitte zu ihm. Ihr könnt mir das nicht! Ich werde immer zu dir halten. Warst du schon mal im KDW? Im KDB? Das will eine Freundin von Papi in die Luft sprengen. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.